So liebe Leute, weiter geht's heute mit der Assassin's Creed 4 Black Flag und wir müssen sowieso hier vorbei, also versuchen wir es heute noch mal Navasar, Navasar 1, ne, deswegen, ja, auf geht's. Ich würde mal kurz beim Hafenmeister vorbeischauen, um meine Vorräte aufzufüllen unter einem Mörser ETC. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Was ist das zu suchen? Ich habe mich gerade gefragt, für die Leute, die es nicht verstehen, was aber mir helfen kann. So, ah, Munition. Schwere Kugeln, Mörsergeschosse, brauchen wir. Cool, Feuerfässer jetzt nicht unbedingt, aber nehmen wir mit. Okay. Direkt da Upgrades, kann ich Upgrades machen? Kostet nämlich 15.000, kostet 500, dies darfst jeden, also ich bin jetzt bei 1200, wo 100 gerade an. Äh, ja. So. Gut. Dann gucken wir mal, was man verkaufen kann. Verkauft. Zucker hab ich. Rümmig. 2,45 Real. Ne, lassen wir, lassen wir, lassen wir. Gut, Metallholz, ETC, das ganze Zeug brauchen wir auf jeden Fall irgendwann noch. Stoff auf. Mach sein. Das hat er so gerade aus, dass wir, der, der, ich kann euch helfen zu verschwinden. Ne, 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 das brauche ich jetzt nicht. So, auf geht's, versuchen wir es mal nochmal heute in der Baro. Oh, er hat, äh, da war es ja natürlich. Ja, 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 ja. Käppen steuert selbst. So, heute machen wir es mal abflug. Die Frage ist, was wir denn ergreifen, die wir jetzt sowieso an? an und kreucht und fleucht schon auf die gatte rumzucker schwere kugeln wollen nicht so schul hat er gar nicht so schlecht der kleine sind bereits ja ja eigentlich wollte ich jetzt sicher nicht mit dem schiff mich anlegen sondern sie versuchen sie haben uns kämpfen sind bereits weg nach feuer steuerkämpfen du reißt uns in stücke ja Ich bin fest, dass wir schon fast wieder nach Hause sind. So, wir haben sie schon. Das war mit dem Schiff geschehen. Jog da auf jeden Fall mal reparieren. Und dann haben wir das soweit. Die geht natürlich... So, die geht jetzt natürlich erstmal runter und wir machen einen Abflug. So, kriegen wir die noch, oder was? Die geht schon daneben, ne? Tschüss, mein Freund. Hier, bei kein Netz. Oh nein. Das war natürlich jetzt total toll, clever und toll und super. Und wir werden jetzt... Wir werden tatsächlich mal gucken, dass wir tatsächlich... Eigentlich war das alles anders geplant gerade. Wir werden mal kurz rüber zu und nach Potaguarikos zurückfliehen. Weil ich muss mal ganz kurz irgendwen so ein bisschen bestechen, weil wir müssen das ja nochmal raus. Ich brauche mal ein bisschen Ruhe. Und... Ja. Ja. Warte mal, jetzt müssen wir gucken, wo der ist. Hier ist er. Oder? Was ist der? Bist du das? Willst du die Wachen loswerden, mein Freund? Ja, wo ist der die so unten, ne? Ja. Meinen Dank, betrachte dich von nun an als ehrbaren Bürger, Captain. So, den haben wir gestochen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt mich komplett mit dieser Kompetenleute anlegen. Eigentlich wollte ich nur mich gerade verteidigen, dass ich da durchkomme. Weil wir gerade so ein bisschen Action da vorne haben. Captain ist am Ruder. Halbes Segel, fangt etwas mit. Komm, wir halten mal gerade ein bisschen. Wir halten jetzt gerade mal ein bisschen die Füße still. Ich würde gerne einfach dieses Vorn noch einfach einnehmen, um dann einfach mal Luft zu haben. Um die Seite da weg zu haben. Und das ist doch eine von den leichteren. Das muss aber noch mal klappen. Das muss aber noch mal klappen. Ja, das ist super. Ja. Ja, das ist doch super. Was haben die denn überhaupt an, wie es... Ach, die haben ja so viel, ne? Ja. Ja. Ja, würde ich ja gerne. Ja, wenn er sich war. Feuer! 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 nur ein Stück rechts. Da ist ihre Schwachstelle. Feindliches Feuer! Gehen wir nicht um den Senkel. Feier! Schießt nah hin, Sir! Feier! Feier! Wir stehen am Tor zur Hölle. Feier! Bereit für Feiern, Sir! Feier! Feindliches Feuer! Feier! Ich muss jetzt mal ein bisschen Luft holen gerade. Feier! Da ist die Beziehung! Feiern, Sir! Feier! Feier! Gegner, Feuer! Feier! Arbeiten dran, Sir! Feier! Da ist die Beziehung! Feindliches Feuer! Geht zerlegt! Feier! Gegner, Feuer! 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 Schießt dahin, Sir! Feuer! Da! Wo sind die Kämpfe? Bereit für Feiern, Sir! Hören Sie Gott, Sir! Das wird sie versinken! Feuer! 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 Ah, Fuck it! Ich muss gerade raus, dass der gemacht wird! zwar auch nicht angeschlagen ist aber wir halt irgendwo auch jetzt gerade es war jetzt ein bisschen hoffte dass ich vielleicht sagen kann nämlich die umkreise die ganze zeit dass sie mich nicht angreifen können wäre natürlich jetzt ein bisschen am ziel vorbei man Das wird wahrscheinlich nicht treffen. Das wird wahrscheinlich nicht treffen. Geschischt. Auf dein Zeichen, Käpt'n. Geh mal weg da. Wir werden sie ran, Sir. Feuer. Feuer. Ihre Schwachstatt ist umgeschätzt. Schießt. Feuer. Gegner, Feuer. Wir verkraften keinen Treffer mehr. Feuer. Feuer. Nicht gut genug. Feuer. Eine Seite genau da rein. Feuer. 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 Da ist ihre Schwachstelle. Feuer. Das wird sie versenken. Feuer. Ja, ganz cool. Da ist ihre Schwachstatt. Feuer. Ja, das war's eh. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Sting sich komplett zurücksetzt. Dass der sagt, nö, nö, ist nicht. Das kannst du mal ganz schön knicken. Hätte ich nicht gedacht, dass der sich komplett zurücksetzt. Weil ich hatte ja 5 oder 6 Stück hatte ich ja schon weg von denen. Und dass sie sich dann komplett von dem vorher repariert lassen oder was auch immer. Das war's. Wie war's? Na, da, Captain. Eine Seite genau da rein. Ja, da, rein. Schiff, kommt. Bereit zu feuern. Sind bereit zu feuern. mein gott ich habe keine lust mich jetzt im deutsch schiff anzulegen ich habe ich mir Feuer! 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 Sie ist dahin, Sir! Feuer! Feuer! So gut wie fertig! Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Die Gegner feuert! Feuer! 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 Ey, das kann jetzt nicht sein, dass ich das nicht hinkriege. Mann. Ich will das hier grobisieren mal kurz, eben. Ach man, ich will das jetzt einfach nur haubern. Das geht mir doch schon auf den Senkel, ey. Huch, Feuer! Schieß da hin, Sir! Wollt sich kämpfen! Wir sind bereit, Sir! Feuer! Hüff sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! Feuer! Mann! Müscht ihr euch doch nicht immer die ganze Zeit da irgendwo mit ein, ey. Wir schießen auf! Wir haben uns, Käpt'n! Feuer! Wir kommen dann rein! Wir kommen dann rein! Wir kommen dann rein, Sir! Feuer! Arbeiten dran, Sir! SIR! Feuer! Feindliches Feuer! Feuer! Bereit machen zum Aufschlagen! Feuer! Das wird uns versenken, Ken Wing! Ihre Salva hat uns getroffen, Sir! Feuer! Ich soll aufbauen! Feuer! Auf dein Zeichen, Käpt'n! R-Käpt'n! Ein Samt sie! Feuer! 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 Das ist eine Schwachstelle! Feuer! Hüff sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Sie ist da hin, Sir! Einholen! Einholen! Feindliches Feuer! Feuer! Gegner, Feuer! Wir sind gleich treibend! Feindliches Feuer! Feuer! Nicht gut genug! Gegner, Feuer! Feuer! Ja, schön! Hat das auch nicht geklappt, ey! Ich wollte mich eigentlich schön dahinter verstecken, aber ich konnte aber die ganzen Schiffe sagen, ich möchte mich da mal mit ein, damit du nicht alleine bist! Ja, 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 vorwiegend schon, Türme! Ich bin bereit zu feuern, Sir! Feuer! Ja, ja! Feuer! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Schau! Die Maulant rein! Feuer! Feuer! Am Ziel vorbei! Feuer! Macht euch bereit! Arbeiten dran, Sir! Feuer! Feuer! Daneben, verdammt! Feuer! Hilf sie dort, Sir! Das wird sie fast varten Köpfe eingesteckt! Feuer! Da ist ihre Schwachstelle, haben Schaden genommen! Feuer! Na, Ketten! Eine Salve genau da rein! Feuer! Bereit zu feuern! Feuer! Ich gehe am Tor zur Hölle! Wo sind die Verlust? Ausschweißmanöver! Suft! Scheiß vor, geht mir ein bisschen auf den Senken, weil ich die Schiffe mir erst mal erledigen will. Sie sind so weit raus, die Käpt'n sind schlöre! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschöpft! Schieß! Jawoll! Schicht, Käpt'n! Feuer! Na, in guter Treffer können Sie sie lahmlegen! Erwartende Fehle! Feuer! Da müssen Sie verbunden erkämpfen! Ausweich, meine Hörbe! Vorsicht! Feuer! Das könnte meine Dauer, um das zu reparieren! Die schießen auf uns! Feuer! Die Schiffe sind ungeschöpft! Feuer! Mann! Mann! Mars- und Farbsegelberg! Was will Sie ein Brack? Bring die Hauptsegel in den Wind! Ich krieg's aber nicht gebacken, weil die mir jetzt gerade... Ich kann nichts machen, gerade. Ja, würde ich ja gerne, aber wenn ich mir jetzt die ganze Zeit auf die Senke gehe, vor allem die Schiffe dahinter noch dabei. Ich habe nichts bisher auf die Reihe gekriegt. Ja, schön für deine Mörser! Wir müssen diese Türme treffen! Feuer! Na, Ketten! Eine Seite genau da rein! Bereit zu feuern! Die Schiffe weg, oder was? Die Schiffe weg, oder was? Scheint so, ne? Dass ich das Ding hab. Aber ich habe ja bisher noch gar nichts auf die Reihe bekommen. Und ich bin ja schon fast wieder tot. Ach, die Witzung. Sofort beschädigt, wo ich bin. Feuer! Das ist die Verbundnack. Ja! Feuer! Diese Seilbe hat uns getroffen, Sir! Feuer! Feuer! Benden! Kippen direkt voraus! So gut wie fertig! An Steuerkämpfen, du heisst... Feuer! Bis dahin, Sir! Feuer! Das ist sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! Noch ein direkter Treffer und die Schiffe runter! Sie kann nicht mehr einstecken! Feuer! Ich habe ich eh nicht. Feuer! Sie ist dahin, Sir! Feuer! Feuer! Ja, kennen! Meine Seite genau da rein! Feuer! Das muss versenken, Kenway! Ratt! 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 Ich wiss sofort, wo ich bin, ey! Feuer! Sie ist dahin, Sir! Feuer! Feuer! Wir sind bei uns, Sir! Arbeiten dran, Sir! Feuer! Hilf sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Feuer! Ich habe Ruhe, der Käpt'n! Ja, tot. Natürlich. Ich kipp mal um, ich bin müde. Haha! Mann, ich will die so scheiß vorher nicht haben! Das ist Ding, das Ding ist eigentlich mittel! Das ist ein mittel, das ist vorher, aber wenn ich die ganze Scheiß, diese Scheiß Schiffe da an der Backe nicht hätte, die mir dann auf den Senkel gehen, wir mischen uns dann mit vier Mann mal kurz mit ein, weil das ist ja immer gut. Also, die, 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 hat er ja gesagt, die Türme müssen wir als erstes wegauen, ne? Warte, dich verrückt. Warte, dich? Warte, dich sitz. Warten auf dein Zeichen! Feuer! Ach, bis sie vermutet, Captain! Feuer! Feuer! Wir haben sie vermutet, Captain! Feuer! Wir reiten so Feuer, Können da. Oder Treffer, Können Sie sie lablicht? Feuer! 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 Vorbei! Und die Hakenkäften, du reißt uns in Stückchen. die wird uns entkommen die feindliche feuer er hat uns feuer wenn wir diese scheiß schiffe nicht auf den senkel ganze zeit gehen würden ein paar treffer hier und sie bricht ich kann nichts machen weil wir ständig der werfer der seite von der rechten gegner feuer ja gegner feuer ich komme noch nicht an die kommen diese schiffe auf und es geht langsam ja dann lass mich doch einfach in ruhe dass ich das schiff doch mal treffen ja schön für die hunde das schiff ist vorsichtig ich habe nichts ja dann sieg behalte aber ich will diese scheiß kack ding mal einnehmen die sind weg das vorweist natürlich sofort wo wir hin also klar das weiß natürlich wo wir hin müssen natürlich synchronisiert welche eine überraschung ich weiß nicht wo niemand wovon ich getroffen wurde es ist doch nicht das ist mir doch immer mal ende aber wie gesagt ich kann nichts tun ich kann nichts tun weil die mir alle auf den senkel gehen weil dann sich mit 56 schiffen noch dann da wenn du noch mal 50 schiffe mit reingehen aber wir gucken auch noch ein bisschen blöde aus der wäsche ich weiß noch nicht was sie wollen von mir was die hunde los wir nähern uns einem vor dann greifen wir gar nicht warten auf dein zeichen captain sie präsentieren sich uns lasst sie dafür bezahlen bereit zu feiern da kämpfen da sind ja wenn wir wurden in brand gesteckt der winkel steckt noch nicht ich doch einfach mal Es ist ein Ankerplatz für die Reparaturen. Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain. Feier! Begefeuert! Feuer! Na, Captain, da sind sie am empfindlichsten. Feuer! Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht. Feuer! Captain, fliegt weg. Vorsicht, Captain. Feuer! Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht. Feuer! 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 Zweite, um einmal. Da ist sie am schwächsten, Captain. Feuer! 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 Bereit, Feuer! So, weitere Form der Down. Feuer! 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 Da, Captain! Da ist sie am schwächsten, Captain. Beinahe fertig, Sir. Feuer! 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 Da, Captain! Da sind sie am nächsten Treffer, reißt nur sie in die Tiefe, Captain. Feuer! 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 noch nah war ja sie präsentieren sich und dass sie damit gegner feiert ein paar treffer hier und sie bricht nein ich hatte acht ich hab sie wegfassen damit synchronisieren wir noch mal damit war das halt noch ein bisschen spaß sondern man dem scheiß ding ich hab die alle weg gehabt ich hatte acht ich hatte acht von den dingen wie sie schlecht für diese schiffe nicht mehr auf den senkel gegangen ja die ganze zeit und da ist noch einer daneben ich hätte mich noch mal kurz dazu ja machen wir so voll posten die präsentieren ich muss dafür bezahlen nachladen der nächste trifft hier und sie bricht die präsentieren sich und da ist sie am schwächsten feuer feuer ein paar treffer hier und sie bricht feuer fuß wechseln wir laufen auf sie präsentieren feuer 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 sie präsentieren sich uns lasst sie dafür bezahlen feuer 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 ein paar Jetzt hören wir schon mal Geschichte. Noch weiter down. Wieder down. Feindliches Feier! Feindliches Feier! Gegner von... Feindliches Feier! Feindliches Feier! Ach man, wenn diese Scheiß-Kack-Schiffe mir nicht auf den Senkel gehen würden. Wir müssen diese Türme treffen! Feier! 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 Gegner feiert! Feier! Feindliches Feier! Feindliches Feier! Feier! Kanone bereit! Feier! Jaaaa! Gegner feiert! Nein, Mann! Schiff wieder mal! Mann! Diese Kack-Schiffe gehen mir auf den Sack, Mann! Ja, ich weiß, ich rass noch ein bisschen aus, ey! Mann! Ich hätte gern diese Scheiß... Ich krieg der Scheiß vor, runter bis auf 8! Und dann kommen dann irgendwelche... Die Kälterfeuer! Die Kälterfeuer! Denkronisiert! Puh! Mann! Einfach probieren wir's noch! Feier! Alle außer Großberg! Alle noch nach Post! Feuer! Kepp noch mehr! Kepp noch mehr! Kepp noch mehr! Warten auf dein Zeichen, Käpt'n! Feuer! Na, nur eins und... Wo ist dieser Dröckelberger jetzt schon wieder? Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschädigt! Wir sind geschädigt! Bereit zu feiern, Sir! Feuer! Kannst du die Verbund machen? Feuer! Was fern? Feuer! Das Greffer könnte sie lahmlegen! Feuer! Feuer! Kannst du die Verbund machen? Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! 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 Ihre Schwachstelle ist ungeschädigt! Achtung! Einschlag! Feuer! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschädigt! Feuer! 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 Das ist die Verbund machen! Feuer! 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 Na, nur rein gut platziert er schon! Feuer! 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 So, der Turm ist geschwank, Geschichte! Feuer! Feuer! Das ist die Verbund machen! Feuer! Feuer! Wir machen so schnell wir können! Feuer! Wir haben so schnell wir können! Feuer! Feuer! Nein, dann besser können sie die Lampen! Feuer! Der Turm ist aufgeschichtet! Ja, der Heldige Feuer! Wunder! Pause! Feuer! Da ist die Verbund machen! Feuer! 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 Ja! Feuer! 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 Wir haben noch ein paar Schüsse! Jawoll der Turm ist auch weg! Feuer! 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 Especially die Erachträge! Feuer! Gegner, feuert! Feuer! Wir sind bereit, Sir. Verdammt, bist du verrückt? Feuer! Geh mir nicht auf den Sinken mit einem Scheißschiff. Feuer! 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 Feindliches Feuer! 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 Oh, hier zieht sie. Feuer! Feuer! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! 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 Ja, schön für deinen schönen Mörser. Feuer! Feuer! Verdammt, der Zimmermann muss das kriegen! Feuer! 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 Ein gut platzierter Schuss! Das war zumindest mal sein... Feuer! 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 noch ein direkter treffer ja diese tricks kacke für mich ein guter schuss sind bereits mein gott endlich jetzt muss ich nur hoffe dass ich das ding obert bekommen so weg damit aber diese scheiß vorwarten wir das jetzt auf den senkel jetzt geben wir sie mich ja jetzt erobern wir es nämlich doch weil dann habe ich die seite nämlich ruhe was für ein ding was war ich kann dinge du mir leid dass ich gerade so so wir halten an und dann nochmals das ding da gehört uns haben in der salz lage kürzen in der frau als marke aber es ist mir jetzt hat sich egal wir haben es trotzdem wir haben mehr oder weniger das vor erobert nachdem das so ewig und drei tage gedauert hat so so So, der zweite noch schnell. Liebe Leute, ey. Gut, dann haben wir noch eine sehr lange Folge gehabt. Und schön, dass wir es trotzdem hingekriegt haben. Und jetzt können wir gucken, wo ihr es tippt ist. Klar, springen am besten. Idealfall darunter. Ja, dann darf ich es jetzt nochmal machen. Am besten ist das komplette Form mit den Schiffen. Nein, ich glaube nicht. Also ich denke mal, der Synchronpunkt ist ja gepasst sein. Aber ich denke mal, dass der Letzte einfach nur sein muss. Ach man, ich will auch nur lustig mitnehmen. Wenn sich dann irgendwer eigentlich... Ich will doch nur einfach töten gerade jetzt. Also die Typen. Ich will doch nicht mehr. Ach, der Fizier, okay. Was ist das? Boah, jetzt. Ach, das ist einer von denen. Ich glaube, ich habe keine Dings drin. Boah, der mit seinen Kack-Drecksbomben da hin und... Ich muss dir noch eine Bombe vor die Füße legen. Ey, wieso ist das so schwer? Ich dachte mir, ich habe das Ding ohne Probleme. Aber dann legt ihr mir eine Kack-Bombe vor die Füße, ey. Ich glaube, ich hinspringe. Ich habe da noch eine kleine Bombe für dich. Sorry. Aber egal. Nein, alles gut. Den schlimmsten Teil habe ich. So, jetzt muss ich gerade gucken. Rauchbomben. Und Schwerter. So, jetzt haben wir das auch. Jetzt haben wir uns zumindest ein bisschen aufgerüstet, so wie ich das gerne hätte. Ja, doch, jetzt läuft der Weckertyp, ne? So, das war die Ersten. Er war der Erste. Das war der Zweite. Das ist losbomben. Bernd. So, tschüss. Mein Gott, ey. Da hast du nichts Besseres zu tun, als mir auf den Senkel zu kämen. Kannst du da auch mal hochgeben? Mir geht's. So, fertig. Jetzt gehen sie mir zumindest mal nicht mehr auf den Sack. Ich habe ja die Typen da gerade geholt. Jetzt gehe ich in den Kriegsraum, hole mir den Offizier. Moinsen. Und dann haben wir das Thema erledigt. Und dann haben wir das Thema erledigt. Boah, alter Verwalter, alter Verwalter, ey. War das ein Akt. War das Ding ein Akt. Aber es gehört uns. Es ist jetzt unsers. Navarro gehört jetzt erstmal uns. Da ist auch ein Ding. Aber das ist jetzt erstmal unwichtig für uns. Puh. Ich bin jetzt erstmal so weit durch, dass ich die Hälfte, die sind das Wichtigste, habe. Also bis auf die Defaults. Also Charlotte hier und Serania und... Ja. Das haben wir zumindest. Toi, toi, toi. Warte mal kurz. Ich will mal kurz noch was machen. Schiff repariert ist, okay. Ja, liebe Leute. Das würde ich sagen. Was denn für heute? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tut mir leid, wenn ich gerade so ein bisschen ausgerapte bin. Wie gesagt, ihr habt ja mitbekommen, wie schwer ich mich mit diesem Ding hier getan habe. Bis ich den dann irgendwann komplett mal durch hatte. Weil sie ständig irgendwelche Schiffe noch mit eingemischt haben, da an dem Thema. Gut, okay. Ist ein gutes Recht. Sie wollten es ja verteidigen, das ganze Ding. Jetzt gehört es uns. Wir haben also das große Fonds hier mit neun... Oder mit mehreren Türmen. Vier, fünf Türmen, sechs Türmen. Was auch immer. Jetzt endlich auf unserer Seite. Und, äh, ja. Alles andere ist erstmal unwichtig. Hauptsache, wir haben die Aufgabe geschafft. So, in der nächsten Folge würde ich sagen, starten wir dann mal durch. Ähm, mit der nächsten Hauptmission, die dann hier in Kingston stattfinden wird. Und, äh, ja. Ob wir das hinkriegen, das schauen wir uns dann. Wie gesagt, haben wir auch um 12 Uhr. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.